Das ist schön hier. Hallo? Eindringliche werden angegriffen zu dem Waffenbrüder, zu dem Waffenbrüder. Wie kann ich helfen, dein Befehl? Ja? Kommt her, wenn ihr brauchst du mich. Jawohl! Äh, zauber dir mal selber eine Geisterrüstung. Okay, renn weg, flieh. Genau, locke alles an, was noch in der Nähe so ist. Wie laut, ich werde mein Bestes geben. Wie kann ich am Besten zu Diensten sein? Immer bereit. Ja? Ist etwas nicht in Ordnung? Ähm... Faktor, Faktor, Fertig! Faktor! Ah! Ich kann mich helfen. Ah! Wie dick, Mordi! Ich höre. Ich tue es. Wie kann ich helfen? Ach, hat auf den haben wir schon verbraucht. Gut. Was ist los? Ja, sofort. Das heißt, wir ziehen uns erstmal zurück. In Ordnung. Am besten in die Nische hier. Wir sollten mal wieder rasten. Brauchst du mich? Weil sie hat keine Heilszauber mehr, er hat keine Handaufdägen mehr. Ich werde tun, was ich kann. Ja. Wie kann ich sofort? So, 16 Stunden geruht. Und wie man sieht, ist schon... Nö, es ist eigentlich nicht viel mehr Zeug wie in diesem Board. Steigen wir sofort. Hier liegen aber noch Langschwerter rum. Die wir einsammeln können. So. Ja, sofort. Also, nicht Langschwerter, Zweihandschwerter. Woran hast du gedacht? Du sollst es geschehen. So, im Schatten verstecken ist gelungen. Hier sind Skelette jede Menge. Tempelwächter und noch mehr Skelette. Und noch mehr Skelette. Locken wir erstmal die beiden Tempelwächter da oben an. Okay, jetzt kommen Skelette und Geister, alles. Sag, was du von mir willst. Ich höre, wenn es... Auf in den Sieg! Wie kann ich helfen? Auf in den Sieg! Dein Wiff vorwärts! Was? Kann ich natürlich. Ich bin hier! Halt sie vorwärts! Zum Sieg! Wir haben wieder mehr angelockt als hier. Was ich eigentlich, äh, geplant hatte. Woran hast du gedacht? Wie kann ich helfen? Euer Ende ist neu! Nein! Gut. Wie lautet deine Aufgabe? Ist etwas nicht in Ordnung? Kann ich dich heilen, während du unsichtbar bist? Zauber können nicht ausgeführt werden. Unsichtbar geschöpft vom Wesen unter der Wirkung des Zaubers heiltun können nicht, dass die rechte Ziele des Zaubers gewählt werden. 18. Sassen! Sollte jetzt aber das meiste... ...bis auf die Tempelwächter... ...erledigt haben. Dein Befehl? Ich werde dich töten. Level Up. Wer hat... Ah. Gelana hat ein Level Up. Das ist doch... Gut. Zweiter und dritter Grad. Kriegt sie Zauber und 10 Treffer. Dadurch hätte sie jetzt mehr als Buenoir, wenn er nicht das Ding tragen würde. Aber ja, Zauber. Vor allem des dritten Grades. Ah, das ist schön. Also. Hier ist mal eine Stärkung rein. Und hier. Auf jeden Fall ein Gebet. Ich könnte gleich mittelschwere Wunden heilen. Was? Das ist mittelschwere Wunden heilen. Ja. Das müsste doch... Okay. Warum wäre es nicht unbedingt? Also das hat 14, das andere hat nur 11. Ist aber nicht so... Gefallen des Ilmata. Durch die Anwägung dieses Zaubersternwälder seine eigene Lebenskraft mit der des Empfängers... Also ich... kriege den Schaden... übertrage den Schaden von irgendjemandem auf den Priester. Und nur Schadenspunkte. Aha. Nicht so wirklich glühferte Abwehr. Knochenkreis. Dieser Zauber ruft eine Schussbecher aus schwebenden Knochen hervor, die schnell um den Anwender herumwirbeln. Jeder, der ihnen in den Weg kommt, der leidet 1-6 Schadenspunkte durch Wucht und 1-6 Schadenspunkte durch Klinge. Okay. Der Anwender kann sich während der Wirkungsausse des Zaubers nicht bewegen. Der Zauberknochenkreis kann ich von guten Charakteren. Du bist, soweit ich weiß, rechtschaffenneutral. Deswegen könntest du das. Krankheit heilen. Krankheit verursachen. Tote beleben. Ja, meine eigene kleine untoten Armee. Magieband ist eigentlich auch die verkehrt, um das zu haben. Unheiliger Schandfläge. Vereinte Stärke. Wenn dieser Zauber ausgesprochen wird, erhält die gesamte Gruppe die Stärke 1876. Hat ein Mitglied der Gruppe einen höheren Stärke wert, sei es von Natur oder aufgrund des magischen Gegenstandes, wird seine Stärke reduziert. Ja, nicht ganz so besonders. Unsichtbarkeit aufheben. Unheiliger Schandfleck. Dieser Zauber setzt Energie aus der negativ-materiellen Ebene frei, um einen Kanal zwischen dieser Ebene und dem Ziel zu öffnen. Alle guten Wesen, die im Wirkungsbereich des Zaubers befinden, erleiden 1-6 Schadenspunkte durch Magie für je 2 Stunden des Anwenders. Ja, kann ich von Charakteren mit guter Gesinnung gewirkt werden. Bereich der frischen Luft, das tut Todeswolke und so aufheben. Ja, aber kein Chlorgas, also kein Odem. Begeisterung. Diesen Zauber kann ein Preset jedem anderen Wesen außer sich selber beistet und es schützen durch eine Berührung. Beseitigt der Anwender die Wirkung vom Furchtschlaf, Schwachsinn und so weiter. Ne, nicht unbedingt. Heiliger Schlag ist auch nicht schlecht. Ja, alle bösen Wesen, die sich im Wirkungsbereich befinden, kriegen Schaden. Kann nicht von böser Gesinnung... Also dadurch, dass der Priester neutral ist, also der Elana neutral ist, hat sie ziemlich viel Repertoire auf Stufe 3. Sowohl die guten als auch die bösen Zauber. Äh... Pfff... Lüfe der Abwehr, eine Glyfe, seine machtvolle magische Inschrift. Ja, der die Gegner den Durchgang verwehrt. Also gegen eine Falle stellen, sozusagen. Irre Führung. Wenn das Wesen versucht, deinem Zauber auszusprechen, misslingt diese mit einer Wahrscheinlichkeit von 80%. Ja, das ist gut gegen... die gegnerische Zauberer, also können wir später auch brauchen. Irgendwie Untote beschwören. Ja. Bin mal... Was ist los? Ich tue's. Spontan. So, ihr zwei da unten noch. Sag, was du von ihr wirst. Spür, mein Mist, verwirrt! Spür, mein Mist, verwirrt! Ich höre, wisst das alles? Genau, auf den einhauen und den da noch. Wie kann ich helfen? Dein Befehl? Ja? Weiter! Was? Wenn es dein Wunsch ist? So, Schattenverstecken ist gelungen. Gucken wir mal, was hier unten ist. Ich weiß, hier waren noch Mumien. Au, au. Oh, das war vor dem Level ab. Also nochmal alles vergeben. Einmal Stärkung, dann einmal das hier, einmal das hier. Wie kann ich helfen? Einverstanden. Dein Befehl? In Ordnung. Euer Leben ist verwehrt! Ach, bringen die Götter mit! Kann ich helfen? Ja. Wo ist sein? Vita, Mordis, Fluss! Ja. Es soll geschehen! Woran hast du gedacht? Ich tue es. Das Problem ist, ich kann nicht gleichzeitig das und das machen. Okay, du bist ein Zombie, das heißt... Ich werde dich töten. Ich kann dich fast schon erschießen. Sag, was du von mir willst. Vorwärts! Ah! Gewäh... Oh, ein gewählter Zombie. Bereit zu neuen Taten! Ah! Gut. Brauchst du mich? Hm, noch eine große Heilung. Vita, Mordis, Fahre! Wie hat's denn geschehen? Wie laut sofort! Was mit Vergnügen? Ja, auf dieser Platte ist das grimmige Anwendung eines älteren Mannes eingraviert. Sein Blick scheint sich in eure Augen zu bohren, als ihr die Platte betrachtet. Ihr fühlt euch irgendwie beobachtet. Ja, und das auf beiden Seiten. Genau, da ist unser Moom hier. Untertitelung. BR 2018